Ja! Z auch und Main Action mit Space. Okay, das sollte ich irgendwie hinkriegen. Wollen wir es mal versuchen. Nehmen wir einfach mal das erste Level hier. WWE Triple Cage. Okay, versuchen wir das mal. Play now. Ich mache nichts. Yay? Yippie jayay? Was war das jetzt? Ja, Löhchen. Z. Okay. Lass knacken. Oh, ich musste mich ja festhalten. Verdammt. Ripistrad Level. Ja, Z. Nach hinten. Wie halte ich mich fest? So und ob und runter da. Schön. Runter. Festhalten. Oh, scheiße. Jetzt habe ich mich, glaube ich, verkackt. Verdammt, jetzt habe ich, glaube ich, es... Oh, nein. Halt dich fest. Nein. Komm, du überlebst das, Opa. Das ist ja gar kein Opa, vergiss es. Okay, und jetzt hier runterfallen. Schön. Nein, nein. Jetzt, ich... Halt dich doch irgendwie bitte fest. Egal, ich schaffe das auch so. Guckt es euch an. Ich schaffe das so. Ja. Schön, durch die Minen durch. Boom. Wer braucht schon Hände? Chakalaka. Okay, das war jetzt nicht so geil. Dann Jetfly. Fly. Okay. Hui. Oh. Hups. Das ist voll das Saw-Spiel. Ohne Spaß. Das könnte auch Jigsaw gewesen sein. So. Nu. Bad. Better. Not bad. Good. Wow. Pro. What war da? Thanks for playing. Boom. Harpoon one. Okay. Das bedeutet, jetzt muss ich wahrscheinlich schnell sein. Jetzt sei doch mal schneller, du vollidiot. Komm. Und's boost. Schneller, 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 schneller. Hui. Trickser. So ne Mann. Okay, ich bin tot. Komm, ich schaff das noch. Du schaffst das noch. Schade. Ich möchte schnell eigentlich den Sohnemann loswerden, weil der ist einfach nur Ballast, wisst ihr? Ohne Scheiß, der Junge hat es doch eh zu nix gebracht. Das seht ihr doch. Er muss immer noch mit Daddy fahren, kann immer noch kein eigenes Fahrrad fahren. Mann, mit dem bin ich zu langsam. Scheiß Drecksbelag, ey. Spaß. Sowas endet auf Teenie-Mütter. Also endet bei Teenie-Mütter, nicht auf Teenie-Mütter. Komm, ich roll noch. Ich roll noch. Mach. Ach, schade. Oh. Das ist schlecht da oben zu hängen. Tor. Nee, doch nicht. Ich hänge im Nichts. Ich bewege mich einfach mal gar nicht. Ich gebe einfach nur Gas. Ja, jetzt ist der Sohnemann weg. Jetzt ist der Sohnemann weg. Perfekt. Sohnemann, es tut mir leid, aber du bist eh unwichtig. Ja. 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 Ich bin zu weit. Nein. 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 Spike Fall. Okay, hab ich auch schon lange nicht mehr gespielt. Logisch. Subscribe to my channel. Amar Tarek. Ja, Hallöchen Amar. Das ist ja der Hammer. Easy. Hart. PewDiePie. Hacker. So ein Stück. Okay, hopp. So, jetzt ist das so easy. Zack. Zählt. Zählt. Also, ihr seht das ja, da ist nix, ne? Ich bin durch. Zählt. Worth. Harpoon One Pro. Gucken, ob ich da besser bin. Safe Zone. Danger Zone. Hallo. Ja. Easy. 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 Drüber. Über die Mine. Nochmal drüber. Oh, das wird jetzt. Oh. Durch. Ja. Brauche ich ja gar nicht drücken. Ich habe nichts gedrückt. Hopp. Hopp. Nein. Bierflasche. Hopp. Nein. Jetzt komme ich da nicht hoch. Sag mir jetzt nicht, ich komme da nicht hoch. Jetzt sag mir. Jetzt sag mir. Ich komme da wieder hoch. Lass mich mal zurück. Zurück. Mal möglichst zurück. Lass mich da zurück. So. Ich komme da nicht rüber. Ich komme da nicht mehr rüber. Chaka. Mit ein bisschen Anlaufschwierigkeiten, aber hat geklappt. Sehr gut. Glassmash. Was war das denn nochmal? Ach, das war das nochmal. Oh Gott, da war ich immer ganz, ganz schlecht drum. Also nicht, dass ich irgendwo gut drin gewesen wäre, ne? Aber so, zwingstens Dritte schaffen. Ja, sehr gut. Ich habe mich meistens immer schön davon töten lassen. So. Kindchen ist auch schon hinüber. Das hat ja nicht lang gehalten mit dir. Das meinte ich ja. Der Sohn wird nie was zu was bringen. Ich habe immer viel von dem erwartet, aber nö. Nix. Ja, komm. Eine Hand geht noch. Also ein Arm. Das langt doch. Der andere baumelt da schön ein bisschen im Wind. So. Lass mich mal da drüber. Sehr gut. Danke. Damit ich das war's schon. Ey Leute. Also bitte, ja. Ich würde mal meinen Happy Wheels ESL Easy drin, oder? Try to stop. Was war das denn? Halb. Ach, jetzt habe ich ja verstanden. Ja, try to stop. Man sollte sich den Namen auch durchlesen. Also ich habe gestoppt. Nicht weiter. Das ist, das ist ja unfassbar. Nein, nein. Falsche Richtung. Nein, darüber. Ja. Easy. Und man hat ihn eh nie wieder gesehen. Ähm. Ja. 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 Boom. Das finde ich cool. Das ist echt geil. Ohne Scheiß. Das ist geil. Das fand ich eine geile Idee jetzt. Das hat mich auch direkt getriggert. Ball throw. Letztes Level. Machen wir nochmal. Ach ja, hier. Oh, gute alte Zeit. Putz. Win. Hallo. Unwin. Ach, jetzt muss ich das erstmal unlocken. Okay. Ja, das ist gut. Mehr Bälle. Was soll das denn sein? Soll das ein Smiley sein? Das ist ja schlecht. Werf die weg. Scheiße. Okay. Das sind die schlechtesten Smilies, die ich je gesehen habe. Wie assig, dass ich das nur unlocken muss. Ja, okay. Das habe ich jetzt wieder unlockt. Hopp. Ihr dürft mich auch gerne King nennen unten in den Kommentaren. Was wäre denn passiert, wenn ich das Minigame getroffen hätte? Oh. Ich möchte doch das Minigame treffen, bitte. Minigame. Ich bin einfach zu gut für dieses Spiel. Das war es mit der ersten Folge von Happy Wheels. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und wenn ihr auch noch andere Spiele wollt. Das war es aber erstmal für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut herein. Ciao.